Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Sibbersen. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Sailfish und ich stelle euch heute die nagelneue Sailfish Wetsuit Kollektion vor. Und hier habt ihr unsere neue Sailfish Kollektion an Wetsuits im Überblick. Angefangen mit dem Maße der Dinge unserem Ultimate IPS Plus. In der dritten Version der Anzug jetzt nicht nur für die Profis, aber natürlich auch für denjenigen und diejenigen unter euch, die das gewisse Maß an extra haben möchten. Absolut top of the pops. Gefolgt von unserem ehemaligen Spitzenmodell Sailfish G-Range. Ein Anzug, der etwas dünner ist, dadurch viel mehr Wassergefühl, also man fühlt sich viel mehr am Wasser dran. Zweite Hautgefühl für den puristischen Schwimmer würde ich mal sagen. Und dann unsere Anzüge, insbesondere hier der One für mit maximalem Auftrieb, also maximale Unterstützung. Ganz, ganz dickes Neopren mit lufteingeschlossenen Paneelen. Auch in einer Damenversion, sprich mit schönen Damenfarben. Und last but certainly not least, unser Dauerbrenner, der Attack, ein Allrounder, wie er im Buch steht. Hat das ein oder andere Feature von den Top-Anzügen, aber ansonsten wirklich ein Anzug für alle Einsätze. Das ist also im Überblick unsere Kollektion fürs neue Jahr. Mmh.